Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe verbliebenen Zuschauer, herzlich willkommen hier bei uns in Deutschland, in dem Land, in dem Sie an jeder Supermarktkasse ein Schild betreten des Rasens ist verboten kriegen, in dem Land, in dem fast jeder Hinterhof oder Garagenhof ein Schild mit der Aufschrift Ballspielen verboten trägt, in dem Land, in dem die Geräusche von Kindern und Jugendlichen mit Industrielärm verglichen werden. Das ist halt so, das werden wir vermutlich hier nicht ändern, aber dennoch gibt es einen Prozess, einen guten Prozess, der erkannt hat, dass es nicht richtig sein kann und in diesem Prozess befinden wir uns gerade und genau da spielt auch der Antrag von Rot-Grün rein. Insofern ist alles unkritisch, es wird gefordert, einen runden Tisch einzuberufen zwischen Ministerien und den Kommunalen Spitzenverbänden im Landessportbund. 2013 gab es ja bereits schon eine Arbeitsgruppe Sportstättenlärm, hieß sie damals. Es ging also auch unkomplizierter, man hat aber hier diesen Weg gewählt. Sei es drum, machen wir, wir Piraten halten diesen Antrag für unkritisch. Insofern habe ich auch meiner Fraktion empfohlen, den Rot-Grün-Antrag zuzustimmen. Denn wir Piraten, wir sprechen uns für die Interessen von Kindern und Jugendlichen, von jungen Familien, von Sportbegeisterten aus und unterstützen natürlich jegliche Bestrebungen in diese Richtung. Beim FDP-Entschließungsantrag ging es mir eigentlich sehr ähnlich wie Frau Paul. Ich habe ihn nicht so richtig verstanden. Ich frage mich, ob er die Intention trägt, vielleicht irgendwelche Auflagen für Großveranstaltungs-, Multifunktions-Arenen irgendwie zu lockern. Ich weiß es nicht. Daher werden wir uns zu diesem Entschließungsantrag enthalten. Das war es auch schon mit meiner Rede. Ich danke Ihnen trotzdem für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.